Ach Leute, ich finde einfach alle Bugs. Nach dem Speichern ist das Spiel natürlich wieder abgestürzt. Mein PC, ich weiß nicht was. Irgendwie ist da was. Und Poki ist unsichtbar. Was ist denn? Was ist denn das? Okay. Kommen wir mit den... An... Antenne. Klauen wir alle. Hoppla. Was mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Ja, das ist nicht deine Schuld, das sind die Antennen. Ich bin noch einer. Argus. Wir könnten doch... Scht. Hallo. Wir könnten doch... Scht. Ja. Können wir darüber balancieren? Na los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Yeah. Oh. Nachmacher. Voll die fiesen Mob Nachmacher. Wir hätten die alle mitnehmen sollen. Und jetzt? Das war spaßig. Spaßig. Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie. Du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen? Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Wagen. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Sei kein Rufus. Das ist auch schön. Ähm. Guck mal, wir sind jetzt im Weltraum. Unendliche Weiten. Ein Weltraumabenteuer. Wir schreiben das ja. Wie da bloß ranzukommen wäre. Mit deiner Stange. Mach mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht. Haha, getroffen. Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? So natürlich. Wie sich das gehört. Hä? So. Na guck doch hin. Der Sender ist in den Rotor gefallen. Und der bliegt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Schön. Verdammt. Er ist immer noch aktiv. Sollen wir denn da jetzt drankommen? Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig. Komm, wir gehen. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Äh. Da unten ist ein Catwalk. Ja, den habe ich auch schon wahrgenommen. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Keine Ahnung. Frag doch unseren Inspektor da drüben. Er kann sowas besser einschätzen. Da unten ist... Ja, ich wollte er. Er kann sowas... Ja, ich sehe es. Ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm. Eins zu drei ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-Pro-Kopf-Verhältnis. Schön. Äh, kein... Wo ist die Starre? Rufus! Hat er die auch weggeschmissen? Äh. Komm. Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Bisher habe ich doch noch alles kaputt gekriegt. Äh. Eins zu drei ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Ach. Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf drei. Ein zwei Sam-Quatsch. Eins. Zwei. Hey, was ist los? Springt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl nur gehen. Was? Ich? Nein. Oh, Leute. Beinahe wäre ich allein gesprungen. was machen wir denn jetzt es kommt drauf an es entspricht in etwa ja 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 kommt wollen wir noch mal na gut aber jetzt nicht wieder auf drei eins zwei ja ich dachte er sagt erst drei ich bin nervös 1 2 3 ich irgendwie erwartet ist so was ich dachte aber weiß ich wundere groß aufwachen hat es das glied ausgesprungen ist was ist passiert du hast es geschafft wo ist glied es ich glaube er hat es nicht geschafft ganz sicher bin ich mir nicht es ging alles sehr schnell naja siehst du den sender irgendwo ich bin dran ähm gibt es hier kein poky mehr doch da ist der poky langsam schließt sicher der kreis und deswegen eines der letzten rätsel im spiel mit schrauben genau lose schrauben wir am anfang von gut bei deponia aber tatsächlich haben ja fehlende schrauben auch direkt am anfang von deponia insgesamt eine rolle gespielt und sowas ist natürlich ganz hübsch wenn man die kleineren symbole die man halt irgendwie so als stützrahmen der gesamthandlung mit führt halt auch irgendwann ebenfalls beendet man verabschiedet sich von ihnen wie von einem guten freund und in diesem fall sind es schrauben aber auch ihr seid hiermit mal offiziell verabschiedet denn auch ihr seid natürlich gute freunde weil ihr zusätzlich zu der ursprünglichen deponia version die ja natürlich alle im regal stehen habt auch jetzt noch die complete journey edition gekauft habt das macht euch natürlich zu großen unterstützern und ich öffne an dieser stelle einmal kurz mein herz für euch damit ihr hier rein blicken könnt und überlasse das restliche reden dem ruhfurcht und allen die ihn auf seinen letzten schritten vielleicht nach elysium begleiten und ja viel spaß damit vielen dank dass ihr mir zugehört habt warum auch immer ich hoffe ihr hattet spaß bis hierhin weil das hört nämlich hier an dieser stelle auf alles was jetzt noch kommt sind nur noch bittere pillen die ihr schlucken müsst bitte glaubt mir ich habe mir sehr viele gedanken darüber gemacht und es ist alles genauso richtig wie es ist aber ich kann ja nichts verraten deswegen viel spaß beim ende und ich hoffe wir hören uns mal wieder bei irgendeinem entwickler kommentar aber mir hat es spaß gemacht etwas zu erzählen und bestimmt hat es auch einem prozent das von euch spaß macht zuzuhören und wahrscheinlich bist du der das jetzt hört einer von diesen ein prozent weil die anderen werden auch wahrscheinlich die funktion ausgeschaltet haben also vielen dank viel spaß und kauft auch alle anderen bedellig spiele und schleichen und auch man so schwer loszulassen oh das macht mir jetzt irgendwie ein bisschen angst muss ich gestehen Poki ist wieder da das ist doch mal was er war vor loch unsichtbar hier war aber jemand sehr sparsam was den einsatz von schrauben angeht vielleicht hat er meinen blog gelesen du hast einen blog was klar Moment wenn ich diese schraube löste was hielte dann die brücke was war denn das denn für eine satzkonstruktion ach komm schwingt der dann und jetzt können wir vielleicht haben wir können wir die da rein machen das loch bietet sich so an kann ich jetzt noch eine schraube raus machen bäm haben wir hier irgendwo noch ein loch hm da ist noch ein loch nein ich hab ich hab natürlich total ne ahnung davon was ich mache es hätte genauso gut in die hose gehen können unendliche weiten achso ich dachte wir könnten ihn angucken hoch yeah ach ja klar cool so ach ich hab ihn kreis kannst du nicht drauf drücken ich will das ding nicht reparieren ich will es kaputt machen ach hat das ding denn keine selbstzerstörung äh roto von hier aus komme ich da nicht ran und wenn ich ihn werfe würde er nur abbreiten ach warte mal können wir können wir hier jetzt festmachen dass das nicht wieder runter kippt ja da dann könnten wir doch hier hoch klettern so pass auf deinen kopf auf ne nicht die schrauben hup ich zerstöre den sender was sonst du willst doch nicht deine hand in den rotor halten oder ich wusste ja dass du ein idiot bist aber das übertrifft an dämlichkeit wirklich alles was ich jemals gehört habe was 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 ich habe es geschafft der sender ist kaputt der podia ist gerettet ja ganz große klasse und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen hast du den verdammten rotor blockiert dann hilf mir hoch damit wir den rotor wieder zum laufen bringen können es wäre schön blöd wenn das hochboot gerade jetzt auseinander bräche wo elysium ja schon fast in wurfreichweite ist ja das ist eine idee eine andere wäre dich da unten verfaulen zu lassen das kommt wohl ganz drauf an worauf kommt das an wie du dich entscheidest hilfst du mir bei meinem putsch gegen den ältesten rat wie bitte hä ach was ist denn jetzt los irgendwas blockiert den steuerbordrotor ist das schlimm keine ahnung der bist du deponier bereits wir werden abstürzen aber wir sind doch so gut wie da ich kann bereits die unteren schleusen erkennen schleusen sagst du aber natürlich die wartungsleitern vielleicht kann ich uns lange genug auf position halten um das hochboot zu evakuieren bloß trommeln deine freunde zusammen und was ist mit den organons die natürlich auch jetzt da die sprengung abgesagt ist wird argos seinen plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken ich benachrichtige den ältesten rat aber was wird aus dir wir haben jetzt keine zeit für diskussionen geh jetzt ich glaub das jetzt nicht du hast immer noch vor mit dem organon in elysium einzurücken warum denn nicht wo sollen wir sonst hin das werde ich niemals zulassen sie ist doch ein rufus diese soldaten da unten sind unsere brüder sie haben dieselben gene wir sind im grunde identisch warum solltest du nach elysium dürfen und nicht einer von ihnen oder zwei oder drei wo ist die grenze wer entscheidet das du etwa nein aber na dann was sagst du äh niemals schade aber nicht zu ändern ich hatte mir schon gedacht dass du uneinsichtig sein würdest machs gut rufus tschüss äh äh nicht du äh äh ähm na wer ist denn da äh 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 da seid ihr ja wieder das schmerzt wie scheußlich ist die welt selbst schuld ja lach du nur aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben boot ich glaube ich kann mich befreien oh ooo 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 und nur weil wir dazwischen stecken wenn sich einer bewegt beginnt er sich wieder zu drehen dann sterben wir alle aber wenn wir den rotor weiterhin blockieren wird das hochboot abstürzen wir sind so oder so tot ach wie sind wir nur in diese bescheuerte lage geraten rufus das guckt dir mich so an das habt diesmal ihr verbockt wie diesmal keinen intelligenten plan parat lasst mich nachdenken nö nö die lage ist aussichtslos wenigstens eine gute nachricht rufus kletus boll was ist denn hier passiert ist doch egal du musst uns hier rausholen und am besten bevor das hochboot abstürzt ja dafür ist es wohl zu spät papps sagt dass die ständigen ausfälle des rotors die maschinen beschädigt haben er kann das hochboot für den augenblick noch in position halten aber die evakuierung hat begonnen es sind jetzt nur noch minuten na tolle wurst jetzt kommen alle nach elysium außer mir oder was ja genau hol mich hier raus du kannst sowieso nur einen retten ehe sich der rotor zu drehen beginnt nein es muss doch eine möglichkeit geben euch alle da raus zu holen gibt es aber nicht komm schon triff deine entscheidung wie soll ich mich denn entscheiden ich weiß ja nicht einmal wer wer ist ich bin rufus ist doch gelogen ich bin rufus die lügen beide wie gedruckt ich bin rufus na super und jetzt kann der echte rufus das nicht irgendwie beweisen natürlich kann er äh ach gehen wir mal durch ich weiß etwas was diese beiden simulanten da unmöglich wissen können ach ja was denn äh dass ich heute morgen frühstück gemacht habe ja das war ungewöhnlich bravo eine echte insider information das hätte sich jeder ausdenken können hm aber nicht was es zum frühstück gab easy es gab glaube ich kann mich nicht mehr festhalten ach rufus verdammt jetzt stehen wir doch wieder am anfang und ich weiß immer noch nicht wer wer ist ich bin rufus ach ja beweise es nun äh ach ja dass wir den gesichtern in bosos familienalbum platt gemalt haben ja das war lustig obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab das ist ein trick goal er weiß das nur weil ich es ihm vorhin erzählt habe mach dich nicht lächerlich warum sollte der echte rufus sowas weiter erzählen ich wollte halt angeben aber eine sache die die anderen garantiert nicht wissen ist ähm äh dass du heute wieder deine grüne unterwäsche trägst hm wann hast du denn meine unterwäsche gesehen äh ich glaube meine finger rutschen ab na super jetzt müssen wir nochmal von also ich bin ruf ach ja nun ich weiß ach ja ist doch egal was ja aber wieso okay ähm ja hast du denn keine augen im kopf ich sehe doch viel schöner aus als diese beiden pfeifen ich kann von hier aus gar nichts erkennen in dem kostüm seht ihr alle gleich aus ich brauche schon einen besseren hinweis das war rassistisch vertraue doch einfach deinem herzen hm okay mein herz sagt ähm der hier vorne vielleicht okay äh vergiss das mit dem herzen inzwischen gibt es weitaus exaktere methoden entscheide dich bitte uns läuft die zeit davon das hochboot kann jeden moment abstürzen wenn du mich unter druck setzt machst du es dadurch auch nicht besser was wenn ich aus versehen argus erwische hey ähm ich meine hey ho i am the roof hm ja ach wo wo's hin wo wo's her ist doch egal lass uns einfach hier und verschwinde hauptsache du überlebst ha jetzt hat er sich verraten genau der echte rufus also ich würde so etwas nie sagen das stimmt das klingt wirklich nicht nach rufus kann es sein dass du dich so geändert hast der echte rufus wird sich nie ändern das weißt du dann ist das vielleicht wieder nur ein trick um gut dazustehen nein ich bin klietes was das ist doch die höhe ich bin klietes blödsinn ich bin klietes wartet mal heißt das von euch dreien ist nur klietes manns genug um sich zu erkennen zu geben von argus hatte ich ja nichts anderes erwartet aber rufus nach allem was wir durchgemacht haben vertraust du mir nicht mal dafür genug du hast recht goal es tut mir leid ich bin natürlich rufus der lügt doch der lügt doch ich wills nochmal gerade stellen ich bin rufus achja beweise es nun ach hau hauptsa ja 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 ich weiß das macht äh überhaupt keinen unterschied aber für mein gefühl doch ok es ist wahr ich bin nicht rufus er heißt rufus was ja klar er hat recht ich bin rufus ist das ein trick ein letztes manöver du weißt wenn ich ihm helfe kannst du dich nicht mehr umentscheiden du wirst fallen und sterben ganz sicher hängt doch mal nach wie kann ich der echte rufus sein der echte rufus wird nie aufgeben sich nie ändern und niemals nein ich will nicht loslassen nein ich will poké anklicken ich will poké anklicken ich will poké anklicken loslassen nein ich will stopp ah ok kein poké nein 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 ich wollte noch poké anklicken komm schon goal wir müssen hier weg komm hallo rufus oh barry barry was machst du hier du bist mein vorbild schon vergessen und ich folge dir überall hin nein im ernst ich wollte dir nur sagen wie sehr ich bewundere was du hier tust erst war ich natürlich geschockt aber dann habe ich es verstanden brillant wirklich es war im grunde die einzige möglichkeit die du hattest ein geniestreich also auch philosophisch gesehen mit die komplett selbstlose tat wow rufus der unverbesserliche rufus hat sie schließlich doch noch ge- halb na notor lünnelle sag�� rufus er weiß dass du ein depoianer bist und vergangen Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten Rufus. Das ist doch wirklich... voll lässig. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört. Das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer? Ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht. Sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Kohl. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Geht weiter? Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster Truck Reifen ausstatten würden. Monster Truck Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Kradler trainieren. Können wir noch mal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne. Ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer schmeilen. Sie weiß doch was. Ich bin sicher. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch fragen? Dann eben mich. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zum Mundharmonika, sing von Deponia, von Uwus und Kohl und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, dann bin ich mal weg. Osterher ist dann mal Dreck. Oh, nein. Oh, was tust du mir an? Oh, da gehören Fragezeichen hin. Ja, das war das Ende einer ziemlich langen Reise, da wir ja die Complete Story, die Complete Journey durchgespielt haben. Das Ende einer Reise durch Deponia. Und ich muss gestehen, ich bin gerade so ein bisschen traurig. Obwohl ich sagen muss, dass aus plottechnischer Perspektive, von der Charakterentwicklung her, finde ich das Ende genial geschrieben. Also Hut ab, Popoki und den anderen Autoren, Hut ab. Es passt, es passt alle, es ist super stimmig. Ich finde es super stimmig, dass es genau so endet. Aber es ist natürlich unheimlich tragisch, dass Rufus am Ende Deponia, sag ich, Elysium niemals gesehen hat. Und das macht mich dann schon so ein bisschen betroffen. Aber ich glaube, ich würde es... Ich fände es unpassend, wenn es anders wäre. Und jetzt, es passt. Es ist traurig. Und ich glaube, viele haben sich auch sehr darüber ausgelassen, dass ihnen dieses Ende überhaupt nicht gefallen hat. Aber ich finde es passend. Auch wenn es... Oh Gott, ich will... Ich will nicht. Ich will nicht aufhören. Ich will nicht Tschüss sagen zu Deponia und zu Rufus und Pokis Kommentaren und die ganzen Charaktere und Lottie und... Nee, Lottie war... War Doris, ne? Nee, nee. Ich habe mich gerade selbst verwirrt. Lottie war es hier. Doris war... Ja, sorry. Och Mann, ich will nicht Tschüss sagen. Aber es bleibt uns keine andere Wahl. Manchmal... Manchmal muss man loslassen. Naja... Natürlich bleiben wir Deadly auch weiter treu. Ich weiß nur nicht... Doch, ist auch ein Deadly-Spiel. Also wir werden auf jeden Fall mit einem Deadly Point-and-Click-Adventure weitermachen. Ich kann nur noch nicht sagen, wann. Das entscheidet sich, je nachdem wann ich dazukomme, aufzunehmen. Vielleicht sofort, vielleicht... Vielleicht mit ein paar Tagen Abstand. Das wird sich zeigen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe mehrere Spiele zur Auswahl. Eins wäre auch in Special Edition. Das ich noch hier stehen habe. Und da... Da ich sonst alle Spiele in Special Edition schon in der Slate habe. Es ist nicht schwer zu erraten, welches Spiel da noch kommen könnte. You're leaving. You're now leaving Deponia. Ich will nicht now leaving. Aber wir haben keine andere Wahl. Und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Danke, dass ihr mich auf dieser langen Reise begleitet habt. Ein bisschen zerrupft von meinen Bachelor-Prüfungen. Wo ich dann einfach keine Zeit hatte, die Sachen zu planen. Und ich freue mich schon, euch in einem neuen Let's Play wiederzusehen. Und bis dahin sage ich an dieser Stelle Tschüss!